Was zahlst Du denn für Miete hier in Bangkok für Deine Wohnung? Hier bezahle ich 15.000 Baht pro Monat. Und das ist alles, wie Elektrizität? Insofern Elektrizität, Wifi und Wasser kommen alle rund 20.000 Baht. 520 Euro? Ja. Können wir mal Dein Apartment anschauen? Ja, natürlich, bitte komm mit mir. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Und was ist mit den Parkgebühren? Was kostet das? What about the parking here? Is it included? Yes, it's included in the parking. So you can basically park anywhere where it's empty. You just park. It's eight parking floors. So it's very comfortable to park here. So you don't need to scan system. We have two scan systems. So like outside people, they cannot come easily. So that's another reason I like this condominium because it's good. Okay. Und die Sicherheit, die ist da auch inklusive. Das heißt, der Sicherheitsmann ist inklusive. The security guy. Yeah, the security we have. And security is very good. We have. They come every one hour. They come upstairs. There's a 25 floor. So they come and they check. So you feel more safety here. And another thing is also, we have four lifts. You can see here. And so you don't need to wait for a long time. Just any lift is free. Then you just get in. So this condominium, commonwealth is good because the room size are bigger. This is 30 years old, about 30 years old. And the room size is really big. So we are on 18th floor. Yeah, above 22 floor is more private. So you cannot go up here. From down, you need special key to go. Yes, please. Yeah. Please come here. No, no, this is the same one. Should we ask? Yes. Yes, welcome Lily. She's welcoming. No, you don't need to. Yeah. Lily. Hi. Lily. Hopefully not too much work. No. Hello, Dominic. I need to. Come home. Thank you. Maybe switch this again, and I like you. Can you show me your room? Yes, of course. Please come with me, Dominic. Please come. Can you show me your rooms? Yes, of course. Please come with me, Dominic. Das ist unsere Bedrohung. Für Nitu und dich? Ja, Nitu und mich. Es ist genug. Aller aircondition, aber es ist genug. Wir brauchen nur 25, 24. Das ist genug, weil wir nicht zu cool sind. Und wie groß ist das Flatt? Das Flatt ist 94 m². Es ist ziemlich groß. Wenn ich es mit anderen Kondominien-Size verbringe. Ich will euch noch mehr zeigen. Für 520 Euro. 94 m². Die Küche habe ich bereits gesehen. Ja, die Küche. Und ich will euch noch mal zeigen. Wir haben eine andere Wohnung. Diese Wohnung ist wie eine Storung. Man kann die Dinge in die Storung legen. Für Essen? Nein, für alles. Essen, Reis, alles. Es ist wie eine Storung. Ja. Kleine Storung. Ja, ich verstehe. Und das ist unsere letzte Mal in Austria. 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 Es ist Salzburg. 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 Und das ist, again, please come inside. Ja, das ist ein bisschen groß. Ja, es ist eine große Wohnung. Das ist eine große Wohnung. das ist mein Haus, Kushal, die hier studiert. Ja, und das ist Angela. Als sie kommt von der Schule. Das ist sie, das ist sie. Und das ist Kushal. Er liebens. Er liebens. Er liebens. Und man kann hier sehen, die 18e Flur. Mhm, mhm. Und die Kinder haben ihre eigenen Bücher? Ja, die Kinder haben... Sie können sie sehen. Mhm. Ja, die Kinder haben ihre eigene Bücher. Und es ist ziemlich groß. Es ist eine große Sache. Mhm. Mit eigener Schauer? Ja, eigener Schauer. Private Schauer. Mhm. Okay. Und ich denke, das ist ziemlich großartig. Eine große Wohnung für zwei Menschen. Eine hier und eine hier. Und eine andere Balkonie. Eine Balkonie. Das ist eine große Balkonie hier. Und du hast eine Air-Condition. Eine, zwei, drei Air-Conditionen in dieser Wohnung. Oh. Ja. Okay. Mhm. Ja. Das ist Ihr Traveler TV. Ja. Und das ist noch... ...the bathroom. Last, but not least, your bathroom. Ja. Wir wollen noch einen? Ja. 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 Ja, ich gebe es ja zu, also das ist eine große Zeit, die wir hier spenden. Und diese Tafel ist für unser Essen, es kann für Koffe oder für alles. Okay, ja, vielen Dank. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank und wir werden heute Abend 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 essen. Es ist sehr speziell für uns, dass Sie hier in unserem Haus haben. Ja, ich gebe es ja zu, also das war jetzt nicht meine Idee mit dem Video. Ich habe das auf TikTok gesehen. Und zwar, diese Kurzvideos sind ja da so, steht irgendein Fremder auf der Straße und fragt, Moment, ist er da? Ja. Und fragt jemand Fremden, so rum war es, wohnst du hier in Hongkong, wohnst du hier in New York und was zahlst du für Miete? Dann bla 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 bla, können wir mal so eine Tour machen. Dann habe ich gedacht, naja gut, ich kann ja jetzt hier in Thailand irgendjemanden fragen, kann ich schon, aber ich bin sicher, es wird mir keiner in seiner Wohnung gehen. Und da dachte ich mir, okay, frage ich Manu und mache das Ganze mit Manu und mal schauen, ob aus dem Video was wurde. Auf TikTok hatte ich aber keine Lust auf so ein Kurzvideo, habe ich ein richtiges Video gemacht. Und wir schauen jetzt noch zum Abschluss einmal in den Bereich vom Gym, also Fitnessstudio und den Pool an, den haben wir von oben von vorhin schon gesehen. Bin mir nicht so sicher, wie toll der ist. Ja, das gehört nämlich auch noch dazu, neben Security. Deshalb Stefan und ich auch, wer mal unser Video anschauen möchte, wie wir in unserem Condor hier im Ashton Silom wohnen und was wir alles haben. Schaut am besten mal vorbei, auf das i klicken. Ach, das war doch nicht der Pool. Das ist also da, wo man liegen kann. Aber es ist halt im Innenbereich, muss man auch sagen. Und was ist der Stadtteil nochmal hier in Bangkok, wo wir sind? Das heißt, Ping Kao Area, das ist 2.2 Kilometer von Khao San Road. So, nicht weit von Khao San Area. Und das ist auch ein guter Ort, weil wir haben Amarty in fronten der Kondo. Und wir haben ein Night Market, neben dem Kondo. Und wir haben einen großen Shopping Center, Ping Kao Shopping Center. Es ist etwa 1 Kilometer. So, es ist sehr komfortabel für mich. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Das soll es gewesen sein. Ihr habt es ja gehört. Also, MRT ist direkt vor der Tür. Der Nachtmarkt ist auch direkt daneben. Zudem gehen wir jetzt. Dann mache ich ein eigenes Video, weil das nämlich was ganz Spezielles ist. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr so ein Video fandet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und was machen die denn da? Als wenn es da irgendwas zu fotografieren gäbe. Ne, ich weiß ja nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Untertitelung. BR 2018